Musik 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 da waren wir auch noch nicht da wo wir müssen auch Händensymbol Battle! Nein, das will ich! Bin schon dran! Ja, verteidigen Kommt schon, verteidigt hinter ihn! Los, 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 die kriegen wir! Nein! Oh, der Händensymbol! Oh, der Händensymbol! Oh, der Händensymbol! Oh, der wurde da fast, ey, der hat mich ausgetrickst Jetzt sollten wir den Millennium Falcon auch wenn er so viel aushält Ja gut, wenn du da drauf fallst, geht das? Ich bin schon tot Wie? Der Millennium Falcon ist in mich reingeflogen Also, ja, das hab ich auch eben! Ich auch! Aber so richtig, so von wegen so Ich, äh, Schiff zerstören Ja, bin schon dabei! Fokus, Feuer! Oh, ich auch, ich auch! Fuck, erfasst! Wer hat dann noch deine Rakete aufgeschossen? Der Millennium Falcon Du bist das Abfangjäger, ne? Oh, das gibt's nicht! Er ist wieder in mich reingeflogen Ja, er hat mich auch erledigt Was für ein Bastard Hellensymbol! Das hole ich mir jetzt! Da ist er! Mit seinem knacken Schild, ne? Nein! Ich hab mit der Rakete getroffen So, äh, ich nehme X-Wing! X-Wing! Kommt eigentlich auch so ne Animation eigentlich Wenn du als Helde hier reinkommst, oder? Oh, apropos Helden! Kommst halt reingeflogen Hier, ist ein Helden-Niveau Nein! Natürlich hatte ich's gerade Und jetzt knallt er mich ab! Ja, was kommen wir halten? Gerade, ey! Schau dich jetzt von Hölle runter, ey! Das ist es, du hast es! Los! Alter, wir sind jetzt alles auf das Schiff drückt Ballern, richtig geil! Ja, richtig! Ja, dann haben wir wieder aufgeholt Oh, das ist mir ein Treibfiger Ah, oder so, Selbstmord geht auch Paddeln bis zum Gegnerischen Team hat Nein! Haha! Nein! Ich hab's nicht gerade gesehen Ich war gerade eben die ganze Zeit hinter Corby Achso NITRO Mit den Wolken auch noch, ey Mit den Wolken dann noch Ah, sieht echt geil aus Ich kann mich nicht entscheiden 2 Genau 2 Oh, was? Ich hab schon die erste Rakete abgekauft Ohhhh Zu schnell Durch Spite-Controller sterben Oh, Alter, ey Die Gerke, ey Für uns Gibt voll die Pa... Uhhh Punt Paddle Probier mal aus dem Cockpit raus Und dann kommst du nämlich Ohhhh Ohhhh Es gibt ja ein Problem, ey Ich seh dich immer noch Mir doch egal Schettel, wirst du denn kommen Transporter Ohhhh Brrbrr, schon wieder! Brrbrr Da bist du mal Hahaha Deine Zeit ist abgelaufen Hahaha 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 Didi Oh, fuck you Nein Brrbrr Verdammt, der hat ihn abgenascht Brrbrr Was war das Beste? Nein, ich hatte ihn fast Hahaha Möchte mal erwähnen, dass ich nicht einmal gestorben bin Äh, ich bin... Ich hab... Ein... KI-Kill gemacht Und fünfmal gestorben Sonst nichts Hahaha Alter, Prrprr und da trei schon wieder, ey Ohhhh Da ist er Meisterkill Prrprr Ach da Da setzt sich unten schon einer so ab Der gehört mir PADDEL Auf ihn Auf ihn AAAAAAAA HAHAHAHA Du gehst mir Heeeer Almtab Der Kistet AAAAAAAA 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 Du Affe! Ja, Alter, ich hab ihn! Ich hab ihn! Ey, ich wollte mich immer verarschen Ich hab ihn! Hab ihn! Hahaha 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 Halter PADDEL Hahaha Hahaha Hahahaha Rache ist Blutwurst Ich hab ihn doch nicht mehr gekillt, du Sackgesicht! Egal Ah Prrprr Prrprprprr OHH NEIN! Reparatur eingesammelt und damit ein Felsenkundig stieft Ich hab dich grad noch gesehen, aber da war dein Name aber schon auf einmal weg, ey Hahahaha Gapz, kopf der Tod! Millenium Falke! das kann er entschuldigen Auto-Aim, Hatter unser Transport-Ship ist evakuiert get it out of firing range da ist er! ey, wie ich dich auf einmal mehr finde Slave, Chef dann ist das meist sogar du immer Slave 1, hallo Wir haben den Transport verloren Ah, ich jagge immer ein paar Spieler Ah, jetzt habe ich dich schon wieder verloren, ey Aber irgendein anderer ist mir am Arsch Ich nicht Ich wirklich nicht Blink Rico Das ist loko Ey, für Schaden der macht, das ist übel Ja Wir versuchen dich zu holen Das ist eine für unsere Seite Nein Ich hab dich mal gerannt, ey Ja Aber aus der Welt Wollte ich nur ausweichen Das wollte ich gar nicht machen Ja, ich hab gar nicht gedacht, dass du abdrehst Ich dachte, du fließt jetzt nach oben Ja, du kriegst als Millennium Falcon oder Slave 1 Nein, ich hab mir dagegen geflogen Sehr gut Sehr gut Scheiße Das Ding ist einfach zu fett Bei dem Rackete auf dir hast du, beim Millennium Falcon hast du gar keinen Ich ram' dich jetzt einfach so über beide weg Komm, Kamikaze oder was? Was hat er denn für Fähigkeiten? Äh, was ist denn LB? Proton-Trompilo, LB, was ist denn Epsilon? Sensoren, okay. Egal, ich will einfach mal Flutzeuger ab. Mehr Spaß. Uhhh, Alter. Safe-1-Ager. Ey, ey, deine Ego ist ja ja mal geil! Ey, das ist ja richtig geil in der Ego. Ja, das ist halt dieses offene Cockpit richtig. Das ist richtig cool. Ich habe das Gefühl, dass Safe-1 wenig aussieht. Ich glaube, ich werde in die Third passen. Mehr Ausnahmsicht. So, zack. Frag dich mal warum. Ja. Oh, Alter. Du hast so wenig aushältst. Ich bin die ganze Zeit hinter dem Baller auf dich. Alter, du bist ein Penner! Hahaha. Du, 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 du hältst voll wenig aus. Die ganze Zeit der Millennium-File hinter dir und ballert dich kaputt. Mann, kümmer dich nicht um mich. Kümmer dich um die anderen. Gott, du bist gerade direkt vor mir. Du hast 2.000 Kumpel, jetzt drehe ich ab. Boah. Jetzt verfolge ich dich, du lahme Krücke. Prrrrrr. Nein, wo ist der Helden? Ich sterbe gleich. Das war cool. Neue Runde, Paddle. Jetzt bist du dran. Wo bist du? Die kann man eigentlich nicht verfehlen. Da ist das UFO. Komm her, Paddle. Stell dich. Ja, samt mich noch zu, Kollegen. Sehr nett von euch. Oh, Alter. Loser. Wie, was, den kann man doch nicht verfehlen. Was ist das und das und alles zünden, alles zünden. Nein, Felsen! Du bist gegen... Hat den Tod noch gezählt! Wie dumm! Vielen Dank.